Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt 8.33, das ist für eine vielfältige Veranstaltungs- und Club-Szene in Dresden, Aufhebung der Sperrstunde, Einreicher Bündnis 90 Die Grünen, Herr Schulze zur Einprägung. Ja, jetzt haben wir ja fast die Sperrstunde erreicht. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen Stadträte, seit vielen Jahren befasst sich die Grüne Fraktion mit den Belangen der Kultur- und Kreativschaffenden in Dresden. Ein wichtiger Teilmarkt stellt dabei die Musikwirtschaft dar, die geprägt ist durch die Clubs und Veranstaltungsstätten, eine vielfältige Musikerinnen- und Bandszene, Tonstudios, Indie-Labels und durch die vielen Gäste auf den verschiedensten Musikveranstaltungen. Neben den großen Playern in unserer Stadt, wie die Filmnächte, die Junge Garte im Großen Garten, der alte Schlachthof oder die Scheunen der Neustadt, ist Dresden vor allem durch die vielen kleinen Clubs geprägt, wie der Beatpol, der Ostpol, das Solidor, die Groove Station, das Downtown oder noch viel kleinere, wie das Blue Note oder das alte Wettbüro. Oder das Niedersedlitzer Eckdämmel, wo Herr Rentsch immer hingeht, genau. Mit dem D-Festival gründeten vor allem Clubs der Elektro- und Techno-Szene eine Veranstaltungsreihe, die diese Szene für die eigene Bevölkerung, vor allem über die Stadtgrenzen hinaus, sichtbar gemacht hat. Ein Hemmnis für Elektro- und Techno-Clubs ist dabei die nach § 9 Sächsisches Gaststättengesetz bestehende Sperrstunde. In Sachsen ist diese Zeit für die Zeit zwischen 5 und 6 Uhr festgelegt. Ihren eigentlichen Zweck, nämlich die nächtliche Ruhestürung zu verhindern, das rechtzeitige Schlafengehen der Gaststätten, Besucherinnen, die Sicherung der Ordnung und Sauberkeit in den Einrichtungen, ist schon lange durch andere Verordnungen zum Emissionsschutz oder zur Hygiene sowie durch Arbeitszeitregelungen gesichert. Mit dem heutigen Beschluss bringen wir ein Verfahren auf den Weg, an dessen Ende die Aufhebung der Sperrstunde steht, auf Grundlage einer rechtssicheren Verordnung, erarbeitet durch die Verwaltung, genehmigt von der Landesdirektion und vom Stadtrat noch zu beschließen. Die Erfahrungen aus Leipzig, wo 2017 die Sperrstunde für Musikspielstätten aufgehoben wurde, zeigen, dass bei der Erarbeitung der Rechtsverordnung und der Begründung und Darstellung, warum von der Regelung des Sächsischen Gaststättengesetzes abgewichen werden soll, sehr genau gearbeitet und begründet werden muss. Das Insiderwissen über die bestehende Szene, die Gestaltung von Musikveranstaltungen in den Clubs und Musikspielstätten, das Verhalten der Gäste und viele andere Facetten dieses Themas kann nicht allein durch die Gewerbeaufsicht und andere Ämter gebracht werden. Aus diesem Grunde sehe ich zwingend die Beteiligung der Clubbetreiber und Kenner der Szene. Am Beispiel von Leipzig, wo die Beteiligung von Steffen Kache, dem Betreiber des Leipziger Clubs Distillery, des ältesten Techno-Clubs in den neuen Bundesländern, gezeigt hat, dass die bisher von der Landesdirektion Sachsen nicht widersprochene Rechtsverordnung dort erarbeitet wurde. Eine ähnliche Beteiligung wünsche ich mir bei dieser Erarbeitung der Rechtsverordnung auch für Dresden. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, eine vielfältige Club- und Musikkulturszene in unserer Stadt wird Dresden insbesondere für junge Menschen attraktiver machen, hier zu bleiben oder hierher zu ziehen. Mit ihren Umsätzen leistet die Musikwirtschaft ihren Beitrag als Teilbranche der Kultur- und Kreativwirtschaft für die wirtschaftliche Entwicklung unserer Stadt. Lassen wir lieber die Clubs das Geld, welches sie für den Freikauf von der Sperrstunde ausgegeben haben, in ihre Spielstätten oder in die Mitarbeiterinnen investieren. Bitte stimmen Sie unserem Antrag zu für eine vielfältige Veranstaltung uns Klubszene in Dresden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, gibt es aus dem Kreis heraus weitere Wortmeldungen? Ja, also, die, die angemeldet sind, außer Herrn Dresden, die da sind, hatte ich deswegen gefragt. Herr Engelmeier ist nie angemeldet, aber Sie dürfen natürlich gerne reden. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, zur späten Stunde noch dieser Antrag, den auch wir, das mag ich schon vorwegnehmen, zustimmen werden. Ich möchte auch noch auf ein paar Dinge hinweisen, die aber in der Ausschussberatung tatsächlich auch sehr interessant waren. Und zwar haben wir dort eine Stellungnahme der Verwaltung gekriegt, die eigentlich gar nicht so positiv konnotiert war, die halt sagt, naja, man kann das vielleicht machen, aber da gibt es die und jene Hürden. Und zwar, wir hatten ja auch in den Diskussionen immer auf Leipzig Verweisen, wo es keine Sperrstunde gibt und da hat die Verwaltung uns aufgeschrieben, die in Leipzig gesehene, besonders ausgeprägte Clubszene der elektronischen Musik ist in Dresden nicht zu erkennen. So, und damit hat die Verwaltung uns eigentlich den besten Grund geliefert, genau die Sperrstunde jetzt hier abzuschaffen, um eben die elektronische Musikszene eben dadurch auch zu fördern. Und das ist tatsächlich eben was, wo die jungen Menschen und inzwischen auch die immer älter werdenden Menschen davon profitieren, die eben vielleicht deren Uhren anders ticken. Die eben auch nachts vielleicht mal ein bisschen länger feiern, vielleicht auch andere Arbeitszeiten zum Teil haben und sich freuen, wenn sie eben nicht zwischen fünf und sechs nach Hause geschickt werden, nur weil es ja was, eine Verordnung gibt, die in Dresden eigentlich tatsächlich eigentlich nichts verhindert, weil allen Ausnahmen genehmigt werden. Die kosten aber wieder Geld dafür, dass sie beantragt werden. Also es ist eigentlich nur tatsächlich ohne zu Bürokratie. Lassen Sie uns die abschaffen. Stimmen Sie dem auch zu. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen? Nicht der Fall. Schlusswort. Nicht der Fall. Können wir zur Abstimmung schreiten. Würde dabei aber noch bitten, dass im Beschlusspunkt 1 wir als Datum den 30.09. einsetzen, weil der 30.4. nicht erreichbar ist und das unter dieser Fassung dann zur Abstimmung stellen. Wer zustimmen möchte, den Fehler für den Ausschussbericht, wie gesagt mit 30.09. als Datum, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. 51 Ja-Stimmen, keine Nein, keine Enthaltung. Damit so beschlossen.